Also eine Wohnung in Zürich zu finden, ist wirklich kein Wunschkonzert. Man muss Kompromisse machen. Mein Freund und ich haben unser soziales Netzwerk genutzt. Wir haben unsere Freunde, Verwandte, Bekannte und Arbeitskollegen informiert, dass wir eine Wohnung suchen. Am wichtigsten war uns die Lage. Wir wollten in einem ruhigen Quartier ohne Verkehrslärm wohnen. Als uns eine Freundin von einer frei werdenden Wohnung im Kreis 7 erzählt hat, wollten wir sie sofort besichtigen. Alles war perfekt. Aber es gab einen Haken. Den Mietzins. Man sagt, dass die Mietkosten nicht mehr als ein Drittel des Einkommens ausmachen sollen. Bei uns ist dieser Anteil mit 40 Prozent etwas höher. Aber die Wohnung mussten wir einfach haben. Wir wohnen sehr gern dort. Als Familie mit zwei kleinen Kindern war uns klar, dass wir uns keine Wohnung in der Stadt leisten konnten. Also haben wir beschlossen, aufs Land zu ziehen. Wir hatten ein Auge auf Eglisau geworfen. Ein kleines Städtchen am Rhein. Ich war dort bei Coop einkaufen und habe am schwarzen Brett gesehen, dass jemand kurzfristig einen Nachmieter für eine Vierzimmerwohnung in Buchberg sucht. Eigentlich wollten wir lieber direkt in Eglisau wohnen. Und Buchberg ist drei Kilometer entfernt auf einem Hügel. Aber die Wohnung hatte eine absolute Traumlage mit Fernblick auf die Alpen. Ich habe sofort einen Besichtigungstermin vereinbart und hatte auch alle Unterlagen bereit. Bewerbungsformular, Betreibungsauskunft und Referenzen. Wir hatten Glück. Schon am nächsten Tag haben wir Bescheid bekommen, dass wir die Wohnung bekommen. Ehrlich gesagt finde ich es unmöglich, eine passende Wohnung zu finden. Seit Monaten suche ich auf Homegate und ich habe mir schon mindestens 20 Wohnungen angeschaut. Aber die Zahl der Bewerber ist riesig. Bei den Besichtigungsterminen treten sich alle gegenseitig auf die Füße. Oft sind die Wohnungen älter, als ich es gerne hätte. Am meisten ärgert mich, dass viele Wohnungen gar nicht in Inseraten erscheinen, sondern unter der Hand weggehen. Das finde ich nicht fair. Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht am besten ist, wenn ich in eine WG ziehe. Das ist zwar nicht mein Wunsch, aber es ist sicher am praktischsten und auch am günstigsten.